So, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Kirby's Fun Fact. Immer noch in The Great Cave Offensive und wir sind immer noch in der dritten Welt. Ne, der vierten. Ja doch, das war die vierte. Und wir sagen mal noch die letzten Schätze auf, die ich hier irgendwo noch verbaselt hab. Doch, dann wollen wir mal, äh, hier, ja stimmt, hier ging's da lang. Und jetzt saug ich dich mal an den Jet, damit du nicht so wiederum nervst. Der Jet hat mir irgendwie schon viele Probleme bereitet, aber jetzt denke ich, wird das so einigermaßen gehen. So, äh, dann wollen wir doch mal sehen. Hier irgendwo, muss doch ein Schatz sein, ne? Nein, au! Ah, du. Hm, der Jet hat den Vorteil. Ach, da geht's rein, gut zu wissen. So, was haben wir jetzt gefunden? Charm, ist das so, was ich ein Kreuz? 8.000 ist das auf jeden Fall wert. 8.000... Und es ist... ...Nummer 2 auf meiner Liste. Haha! Ich mag es, ich mach hier den einzigen Stück. Oh ja, das stimmt ja, wir müssen ja... ...erst mal wieder die Blöcke entfernen. Viel letztes Mal, also weg mit dir und zack und... ...weg mit dir und weg mit dir und zack. Dann zündet du doch doch mal an, bitte. Ich halte mal nicht vorgeschaut. Na, der Faktion hat zu brennen, ich hab's gesehen, er fängt schon an, los in die Kanone. Ach, du kommst eben mit, hab doch ich bin drin. Ohne mich läuft dir nichts, ganz einfach. Der bin ich wieder hier. Ich will noch mal gucken, ich glaube, ich hab eine Tür übersehen oder so. Oh, hier waren wir schon drin. Äh, da drin waren wir so weit, ich weiß auch. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich glaub, hier waren wir noch nicht drin. Ich glaub, die Tür habe ich übersehen, oder? Oh, was haben wir hier Schönes? Ich hab jetzt einfach mal, dass da was drin ist. Ich hab das jetzt einfach mal. Äh. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss doch irgendwas sein. Außer es noch Maxi-Tomato und so weiter. Äh, jetzt habe ich ihn noch aufgegessen. Nein, du sollst ihn jetzt abgeben. Die sind doch beide schon voll. So, kaputt machen und kaputt. Oh, wenn da nichts ist, dann... Natürlich ist da nichts. Wieso sollte da auch was sein? Wieder immer diese blöden Heilräume. Obwohl wir das erstmal nicht brauchen. Äh, dann gehen wir doch mal anders lang. Hier irgendwo muss doch noch was sein. Dann gucken wir doch mal weiter nach. So, und... Was war hier? Hm, das kommt mir noch unbekannt vor. Erstmal gucken mit dem Rad, dass ein Schalter... Das hast du schon betätigt. Ich wollte den noch nicht betätigen. Weil ich denke, da ist irgendwas. Und... Natürlich, da ist der nächste Schatz. Geil. So, dann wollen wir doch mal... Wieder das Rad benutzen. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Rad springen. Und... Ich habe es mal ausprobiert und mit dem Rad kann man nicht springen. Das heißt, unser Partner muss zum Rad werden, damit wir zum Rider werden. Ah! Nein, verdammt. Ich glaube, das war zu spät. Wir können es ja nochmal versuchen. Ja, jetzt ist sowieso alles vorbei. Das müssen wir wieder warten. So, der Schalter ist wieder aktiv. Dann haben wir es mal versuchen. Und wir sind durch. So, äh... Achso, mit Rad können wir nicht aufnehmen. Dann... Mit Rad können wir nicht aufnehmen. Danke. Und es ist... Ein Rennrad. Nimmst du was, was auf solchen Pisten verbindet wird. Also, solchen Rennpisten. Aber so wertvoll ist es jetzt auch nicht. So, dann fahren wir mal wieder. Denn laufen habe ich so... Nicht so gerade lustig, den ganzen Weg zurückzulaufen. Hm, das ist ja noch eine lustige Art. Ist das ein Gesicht? Das ist ein Gesicht. Tatsache. Das ist ein Gesicht. Ich erinnere mich an so eine komische Granate oder sowas. Ach ja, Sachen geht's. So, äh, ich will wieder runter, ja. Dann wollen wir doch mal auf die Karte gucken. Und... Wir haben es noch nicht fertig. Nein. Auf der anderen Seite fehlt noch was. Ich ziehe das gerade. Auf der anderen Seite fehlt noch was. Das heißt, wir müssen mal wieder zurück. 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 So, wo ist es denn? Da ist es doch. So, also wieder zurück da, wo wir hergekommen sind. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann gehen wir wieder durch die Tür. Hier war bestimmt noch irgendwas. Hier war bestimmt noch irgendwas. Ich bin ein Jet-Ski. Nicht Jet-Ski, aber ich bin ein Jet. Du bist ja auch schon wieder zurück. Bum. Bum. So, du le... Autsch. So, hier muss doch noch irgendwo was sein. Irgendwo muss doch irgendwas sein. Nur was? also der täter auch so dafür gereicht da hätte ich ja gar nicht tauschen müssen das erste mal aber ich hier scheint ja nichts anderes mehr zu sein was ich hier nichts mehr du bist tot das rad kann auch nicht kämpfen das ist irgendwie total blöde das heißt das rad ist nur für was gut wenn wir damit irgendwann erst mal überprüfen haben wir das donkey kong fast das heißt es muss hier vielleicht noch irgendwo sein jetzt gehe ich also noch mal alle räume durch dadurch ja ich glaube ich gehe noch mal alle räume durch hier ist definitiv nichts obwohl hier geht es wieder raus auch mensch hier muss doch irgendwas sein irgendwas nein lass mich in ruhe lass mich in ruhe hier vielleicht irgendwas hier haben wir das doch gefunden da geht runter in den tod hier vielleicht irgendwo lang irgendwo muss das scheiß ding doch sein da kommt doch her du scheiß vogel und du gehst auch mal weg geben wir alle mal aus dem weg ich habe gerade schlechten tagen so wie macht das noch mal am besten auch ich sag einfach noch mal auf ich hab so nach unten geht glaube ich gar nicht noch kommt schon hier muss doch irgendwas sein wenn wir das wieder zurückgehen dann bin ich wieder da wo ich das donkey kong fast gefunden habe aber laut karte ist bei 49 auch noch irgendetwas irgendwo muss doch was sein mal sehen was passiert wenn wir die anderen kanonen gehen ach die bringt was nach oben ach gut zu wissen ich dachte das sind solche fake kanonen die explodieren ja wie machen wir das am besten das muss jetzt schlau überlegen wie geht das am besten das war der durchgang noch mal von vorne aber wir wissen immerhin wo dieses ding schon mal ist das war die falsche nochmal schnell 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 und ja nein nochmal da ist noch mal und komm schon nein alter komm mal raus komm mal raus ebenso oder so ja dann wollen wir doch mal komm schon komm schon ja diesmal hat's gefunden okay also warte aha das ist durchgang und der rest ist stützbalken na los ja was haben wir jetzt gefunden ein weihnachtsbaum ihr wollt mich doch verarschen das ganze fehlt weihnachtsbaum und wieso so ein weihnachtsbaum 40.000 wert was bezahlt er eigentlich für die dinger bei uns in deutschland sind die ja nicht so teuer zumindest nicht so so viel dass man 40.000 für die dinger bezahlt oh mein gott weihnachten im traumland ist teuer merkt euch eins feiert niemals weihnachten im traumland das kommt auch teuer zu stehen aber das freut mich schon mal wenigstens jetzt haben wir zwei weitere schätze abgeschlossen das heißt diese tür haben wir komplett das heißt es ist nur noch dieser eine schatz da zwischen den blöcken noch hier aber ich will mich noch mal kurz auffrischen gehen und für den fall der fälle noch mal speichern so ich brauch das hörst du mal auf meine maxi tomaten zu füttern ich brauch die selbst man so das war die dritte tür ah hier schon wieder ach so der überlegt ja ich hab wieder meinen satz vergessen ach ich warte mir auf dich ich mach das einfach selbst ja äh aha nein ja tut mir leid tut mir leid sorry aber irgendwie konnte ich den nicht mehr zurückhalten ach tut mir leid aber zurück zum spiel so und so und ja das war glaube ich nur der eine schatz ach ich brauch den nachgucken ich weiß das ja also warte ich weiß da fallen auch nur drei ach so eine maxi schmarte hätte ich jetzt nicht gebraucht man ich brauch mal deine hilfe bam nein au nein ich geh schon fast down aha du bist der wessler na los mach doch mal was und zack mach doch mal was du bist hier nur kaboom mach der weg au was ist denn jetzt los äh jet äh jet ja äh ach weißt du was ich gebe dir mal den jet ich finde schon irgendwas anderes so dann habe ich wenigstens mal ein bisschen unterstützung das rad ist doch gut so aus dem bahn aus dem bahn aus dem weg halt euch gefehlt an die straßenverkehrsordnung und du wirst noch einen strafzettel bezahlen so wo ist mein partner jetzt schon wieder hin hinter mir so ich glaube hier ist das rad nutzlos da gebe ich dir mal das rad obwohl das auch zu benutzlos ist aber ich habe vorrang dann nehme ich mal den cutter so nein lass mich durch ach der bär weg mit dir so das rad hält sich wieder an mir fest danke ist ja nicht so als ob ich selber fliegen will äh nein ouch scheiße ich bin schon fast down ich brauche futter futter ja ich brauche futter gib her dauert es auch noch essen ich kann alles an essen gebrauchen gib mir das essen essen kann ich gut gebrauchen komm schon hier muss doch noch irgendwas sein obwohl ach ich glaube das reicht schon ich glaube das reicht schon nein 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 au geh mir auf den weg das rad ist mal wieder hängt er wieder fest so hm wie kam ich da nicht am besten rein so entschuldigt die kleine pause aber meine schwester hat eben gerade angerufen und jetzt will kirby nicht laufen ah jetzt will er gut und jetzt wollen wir erstmal wieder den schatz da haben aber wie kommen wir denn da ran nein au shit ich bin fast tot ich bin fast tot nein 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 wie komme ich an diesen scheiß schatz ran ja ich bin schon fast da und ich ich brauche irgendwie einen weg zurück haben wir ach ne maxi tomate haben wir hier haben wir hier das ist gut aber kann ich mir auch kurz mein Vater was abgeben nein es ist zu spät ich will mal was gucken gibt es noch irgendwas über den kater kater dash attack kater boomerang nein 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 geh weg geh weg die weg nein au wie kommen wir nur an die blöden schatz sagen ist doch auf nein nein und da können wir auch nicht da können wir auch nicht dran ich gucke das später noch mal nach ich wollte noch ein extra paar draus erstmal wieder zurück und dann speichern wir und ich glaube da mache ich erstmal schluss weil erstmal so lange rumrätseln darauf habe ich überhaupt keine lust und jetzt speichern wir mal und dann denke ich sage ich mal bis zum nächsten part von kirbys fun pack ciao leute